Umgang mit Eingeschüchtertheit eines anderen. Es gibt manchmal Menschen, die hatten einen Fehler gemacht und sie wurden vielleicht dafür kritisiert und sind jetzt sehr eingeschüchtert, verschüchtert und trauen sich nichts mehr. Wie gehst du damit um? Du könntest dem Menschen dein Vertrauen zeigen. Du könntest ihm sagen, ich glaube an dich. Du könntest ihn ermutigen, dass er sich wieder etwas traut. Du könntest selbst überlegen, wie kannst du ihm die Gelegenheit geben, wieder etwas zu machen. Letztlich Erfolg motiviert. Wenn du einem eingeschüchterten Menschen um Hilfe bittest und wenn er sieht, er kann doch einiges und er kriegt auch die Anerkennung anderer, dann ist er gerne bereit, auch mehr zu tun. In diesem Sinne, nach Möglichkeit schüchere Menschen nicht ein. Wenn sie von einem anderen eingeschüchtert werden, versuche das zu relativieren. Hilf Menschen, soweit es in deiner Macht steht.